La 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 Welcome to Summoner's Rift Was ich von Zed halte, ich kann ihn nicht spielen, ich bin zu blöd dafür Ich habe schon so lange nicht mehr Timo gespielt, ich glaube ich spiele heute mal wieder Timo, oder was könnte ich dann spielen, wen könnte ich dann spielen Ash habe ich das letzte Mal auch ziemlich cool gespielt Keil, ich war eigentlich eine ganz gute Keil, ich habe schon so lange nicht mehr Keil gespielt Jetzt sollte ich mal wieder Keil spielen Attack Damage oder Hybrid Keil, ich glaube ich spiele wieder Hybrid Keil Voll verkeilt, Mann Ähm, äh, bla bla Halsch Sooo Als Fate war ich auch voll fies, das ist Support, dann nehmen wir jetzt mal Ab hier raus Und machen da raus Habe ich überhaupt alle, die ich brauche dafür? Ich weiß es nicht Naja Ich mach mal Keil mal raus Jo This is my Desolation Resolation, Fortination, Desolation Ah la 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 Moment Ich hab's gleich Das ist nicht gefällig Verteil Klick, klick Äh Dup, 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 dup Richtig, die hatte ich noch gar nicht gekauft Ähm Resilience hatte ich noch gar nicht gekauft Hm, dann müsste ich was anderes Ich, ich, ich verteil erstmal Äh, äh, äh Die hier drauf Mehr Armor ist mehr Armor ist mehr Armor Dann hab ich wieder einen frei Nämlich Gold per Second Äh, was kann ich denn sonst noch da nehmen? Ability Power per Level Ability Power, Mana Regeneration Magic Resist Ich nehm mal Magic Resist Was hat grad nix zu tun Egal Äh Hallo Lass dich doch mal verglüfen da Danke Schön Hm, Stärke, Stärke Wo ist meine Stärke? Da ist meine Stärke So Runden sind verteilt Speichern wir den Scheiß Äh Und die Masteries brauch ich jetzt noch Z war doof Spiele ich nie wieder Oder Champion Return Points Das ist meine Hybrid-Version. So, da mal also Keil. Ist ja geil. Geil, der Keil. Spielen wir nochmal? Wer traut sich das zu? Dass wir wieder schrecklich grau und voll verlieren werden? Ich weiß nicht. Keil spiele ich ja eigentlich immer dann ganz gerne als Supporter und ein... Nee, wir spielen nicht Zuschauer gegen Zuschauer. Das nervt, weil dann immer die Gegner nur auf die Lane gehen, um mich zu killen. Weil die zu dumm dafür sind. Ähm... Ich weiß nicht. Ich will dann aber Support-Kyle spielen. Also halt, ne? Ich bin mit unten, dann weiß ich nicht. Ich brauche dann AD Carry. Ihr könnt euch ja dann rumkloppen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So. Inversionsliste. So. Dann schreibt mir mal eure Namen. Ich kann ja auch so Leute hinzufügen. Ich brauche einfach nur die Namen. Cool. Müsste ja so auch gehen, ne? Ja, es funktioniert. Das war dann nämlich Dina. Gandalf hat sich jetzt gespammt. Ist schon längst drin. Er hat ja Pech gehabt. Was? Oh. Du darfst euren Namen doppelt zu spammen. Fliegt raus, wenn ihr euren Namen doppelt spammt. Einmal reicht. Ja, dann nehme ich dich. So. Er hat schon weit, Mist. Nein, ihr habt schon mehrfach gespammt. Ich komme nicht mehr dran, Kinex. Haben wir dann sonst noch? Also erstmal auf jeden Fall die schon mal in Weiten. Dann haben wir noch einen frei. Bellmorphel auch mitmachen. Machen wir das mal. So. Warten wir. Quatschen. 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 Ja. Oh, wir sind vollzählig. Guckt euch das an. So, Kinex. Ich spiele, wie gesagt, Hybrid-Kyle, ja. Ich habe schon lange nicht mehr Kyle gespielt. Ich werde verlieren. Äh, ich meinte Versagen. Moment, ich stelle mir gerade meinen Guide hier hin. Mein Kaufguide. So. Marsmelone will nicht mitmachen. Na gut. Da nicht. Da nicht. Also, ich spiele dann halt sozusagen Support-Kyle. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Sollte eigentlich gehen. Habe ich das letzte Mal auch ganz gut hingekriegt. Ähm. Ach so, Marsmelone hat auf die Uhr geschaut und passt nicht mehr. Das tut mir leid. Sorry. Sorry. Das ist hoffentlich nicht so schlimm. Ja, ich starte einfach mal. Wir kriegen es dann schon auf die Reihe. Ich brauche dann nur unten AD Carry. Und nicht gleich Login klicken. Nicht gleich Login klicken. Erstmal Charaktere auswählen und das Gleichgewicht feststellen. Nicht gleich so. Ja, ich bin D und D. Login. Ja, jetzt tun wir mal wieder eine Stunde warten. Ja, Instant-Locker sind doof. Ich kann auf Akschepf klicken und kucken mal. Nehmen wir an, nehmen wir an. Yay. Äh, halt. Ein A. Äh, da. Hallo, Kyle. Hallo, Kyle. So, ich habe jetzt hier mein Ignite. Mein Flash. Habe ich ein Skin für die? Ne, ne, habe ich nicht. Ach, wie alle Bändchen habe ich nicht. So. Wie gesagt, ich bin der Support-Spack. Äh, ich meinte, ja. Ich bin der Support-Spacko. Genau. Nicht so viel riskieren und Spaß haben. Das wird bestimmt toll. Dann gehe ich mit Draven. Welcome to the League of Draven. Mit Draven finde ich gut. Ich denke, wir sind ganz gut ausgewählt. Das Team sieht gut aus. Bisschen arg tanky, ne? Die armen Schweine. Draven, smooth. Ah ja, ich mag. Okay. Los geht's. Los geht's, genosch. So lustig. So schimwitzig. Freu mich schon voll auf. Ja, wenn ich's auch gelockt hab, könnt ihr auch loggen. Seht ihr doch da. Ist doch klar. Ich bin gespannt. Aber wie lustig. Drei. Drei. Eins. So. La, la, la. Ich hoffe, League of Legends backt bei mir nicht wieder. Das macht's ganz gerne. Dann muss ich kurz das Spiel neu starten. Das ist nicht so schlimm. Ich will als letzter nach. Aber das ist eher schlimm. Das hat's bei mir nämlich echt gerne, dass ich dann nur die Hälfte vom Fenster sehe. Was immer total toll ist. Da, 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 da. Wie? Du machst das wieder? Nein. Ich glaub, es funktioniert. Wow. It's amazing. Unbelievable. Ich glaub ich. Oh Mann, haben die alle einen schnellen Ping. Oh Scheiße, haben die alle einen schnellen Ping. Wir werden verlieren. Sind auch noch alle gut da. Rote Schleife. Nein, Ramm muss nicht gegen. Och nee. Wir haben Ash unten. Och wenn wir, wir kriegen Ash und Blitzcrank unten. Ich will nicht. Ich hasse Blitzcrank. Das war's. Wir sind tot. Ach ja. Naja, ich bin gespannt. Woher ich das Bild mit Renga habe? Äh, Google? Bum, ba, da, ba, 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 ba. Bum, ba, dum. Bum, ba, dum. Ich hab furchtbar leicht. Oh, warum? Naja, bei Blitzcrank muss man einfach nur aufpassen, in Bewegung zu bleiben. Wenn er grabbt, auch schön ausweichen, dann ist der Kerl nutzlos. Hanni, machst du mal Facecam? Ich mach Facepalm, aber kein Facecam. Und wieder, der fragt, wird gekickt. So ist brav. Brava, Skye. Kragas hat auch einen Ping aus dem letzten Weltkrieg. Worauf spielst du? Auf einem Toaster? Nein, das ist nicht schlimm. Mein Ping ist ja auch nicht gerade im Rauschen. Cool. Soul Reaver Draven. Ja, wir sind ja alle so coole Spieler und alle so gut und ich bin so schlecht. Mimimi. Ich muss bei Kyle dann wieder gucken, was sie für Spelz hatte. Ich komm mal nicht darauf klar. Moment, ich muss raus-tämmen. Das ist irgendwie falsch. Kann man es dann so machen? Das ist irgendwie auch falsch. Oder geht's? Ja, aber das ist wieder das Interface nicht richtig angepasst. Ich hasse das. Fast. Fast. Das ist fast richtig. Oh, nicht so laut. Ja, Moment, ich hab's gleich. Kann man alles sehen? Na ja, zumindest fast. Moment, ich muss noch Sachen kaufen. Wann das nochmal ist, was ich immer kaufen musste? Da. Ja. Glaub's gleich. Oh, ist das laut. 30 Sekunden bis die Minion spawnen. Ja, ist ja gut. Ah. Aua. Ja, ihr schnappt euch mal einen Plu. Ich flieg da unten lang. Honey, machst du auf deinem Channel einen Let's Play Bus Simulator? Ähm. Nein. Nein, eher nicht. Hallo. Hallo. Hallo, Draven. Ah, are you sure you're not in the wrong league? Yeah, are you sure you're not in the wrong league, yeah? Come here, dear. I'll teach you all about the afterlife. Ich hab Angst, da rüben hinzufliegen. Ich bleib beim Turm. Ich will da aber nicht hin. Da sind bestimmt böse, böse. Was war das nochmal? Increase the attack damage by deals. Ah, ich erinnere mich an den. Ja, ich erinnere mich langsam, aber sicher. Vergiss nicht, du musst die Last Hits machen. Ich flieg nur rum. Du machst die Last Hits. Ich fliege. Oh, da ist Blitzkrank. Scheiße. Und Asche. Oh, da haben die mich gesehen. Ist ja auch voll unauffällig, dass ich bin bestimmt nicht im Busch. Ich lasse mich aber nicht Blitzkranken. Oh, sehr schön. Voll drauf. Finde ich gut. Ich will mich nicht Blitzkranken lassen. Ja, was heißt hier keine Panik? Ich bin immer in Panik. Wow. In meinem Livestream steht immer noch, wir spielen, dass wir Sims spielen. Sekunde, ich muss das gerade mal ändern. Ich bin mal afghan, oder? Das stört ja niemanden. Oh, aktualisieren. Ich muss mein Bild wieder hinpacken. Oh. Ich bin ja nur support. Lalalala. Ich kann fliegen. Ich bin so langsam. Ich bin ein ganz... Ich packe da auch noch einen hin. Ich bin ein ganz entsetzlich langsames fliegendes Viech. An eye for an eye. Ne, wenigstens last hit. Nicht, nicht. Was war das nochmal? Äh, denke ich. Slow, sehr movement speed for... Ah ja, ah ja. I remember that. I remember that. Ihr seht die Map unten gar nicht. Das ist irgendwie doof. Was ist denn was? Ich muss mal wegblenden. Ganz einfach. Halt, das war falsch. Push doch nicht so. Hoff zu pushen. Haha, fail. Grab. Ja gut, jetzt gehen die Creeps kaputt. Das ist auch schön. Aber ich habe immer Angst... ...von mein Leben. Ich bin last hit. Und ich fliege einfach im Kreis. Komm mal her, blitzkrank. Komm mal her, du. Oh, ich bin so langsam. Wenn der mich greppen will, kann der das sogar. Aua. Das ist doch nicht von den Hauen hier. An eye for an eye. Auge um Auge. Zahn um Zahn. Oh, da ist ja der blitzkrank hier. Oh, Hilfe. Vorsicht, ich kann auch Fernattacken machen. Aua. Das hat voll weh getan. Ups. Das war kein Absicht. I have no idea, what am I doing. Ich bin so langsam. Ich brauche als nächstes unbedingt Schuhe. Oh, da kommt was Böses von oben. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich habe Angst. Komm da nicht ran. Aua. Ja, friere ihn schön ein. Äh. Na dann nicht. Und mit unpackender Geschwindigkeit fliegt Tani wieder davon. Bischionier Endlichkeit. Und auch viel Weih. Ach cool. Was battle ich als nächstes auf das da? Mein Gegner Sloan ist immer gut. So, jetzt gehen die Creeps bei dem wieder schön am Tower-Put. Das gefällt mir. Daumen hoch. Favorisieren, abonnieren und kastrieren. Grepp mich. Los, grepp mich. Grepp mich. Ja, wir pushen viel zu sehr, ich weiß. Also ich nicht. Ich mache nichts, ne? Ich mache ja gar nichts. Wobei die, also da unten pushen ist schon durchaus angenehm. Oh. Ich habe noch so voll Null-Übersicht. Ah, es ist, meine Maus, ich habe meine Maus so scheißempfindlich eingestellt, dass es echt nervt. Warte, ich hau mit meinem Schwert mal drauf. Ach nee, doch nicht. Da ist so eine blöde Ash. Ach ja, das hat voll wehgetan. Oh nein, ein kleiner Minion. Oh, ich hab, ich hab den Blitzkrank da gesehen. Ah nee, der ist jetzt halt wieder da oben. Ich glaube, ich habe Halluzinationen. Ach, mach dem Bruder hier mal platt. Ja, das ist schön. Aua. Slowt die blöde Kuh mich auch noch. Was war der Schild nochmal? Champion Increase the Movement Speed. Ja, den kann ich ja eher selber gebrauchen. Aber ist schon mal gut zu wischen. Ich muss mich mal wieder daran erinnern, was die ganzen Spells gemacht haben. Ich muss mich auch an die Smartcasts irgendwie gewöhnen. Ich kann das noch nicht so gut. Hey Ash, das hat wehgetan. Warte nur ab, wenn ich dich in die Finger kriege. Lass sie mal schön da hin pushen. Ich muss mal gerade weg. Wir brauchen dringend Warz. Warzen. Warzen. Warzen brauchen wir. Äh, eins, zwei, drei. Letzte Chance vorbei. Ob ihr wirklich richtig seht, steht ja, wenn das Licht angeht. Was war als nächstes? Was war immer der Philosopherschlein, ne? Kann ich mir nur nicht leisten. Ist zu teuer. Ach Gottchen, nein. Gut Jobs. Wie, Honey macht dich nervös. Weil ich hier panisch schreiend herumlaufe. Oh, da ist ein U-Deal im Busch. Böse, böse. Böse ist ich im Busch. Böse ist. Ich hab vergessen, Heiltränke zu kaufen. Böse, böse. Ich fühl mich gleich sicherer. Man gewöhnt sich dran, dass ich panisch schreiend durch die Gegend laufe. Und nix kann. Das ist aber schön. Ich find ja schön, dass ihr euch dran gewöhnt habt, dass ich nix kann. Nicht vorhandener Skill ist in den letzten Tagen auch noch schrumpft. Weil ich ewig kein League of Legends mehr gespielt hab. Ui. Ich mag dieses Blade. Irgendwas muss ich ja auch sagen. Sonst gucken die Zuschauer, ach, ich kann auch einfach die Klappe halten. Leute, die gerne League of Legends gucken, sind ja sowieso meistens die, die denken einfach, halt die Klappe und spiel. Oh, wechsel weg. Wie der mich greppt. Ich kenn die doch. Ach, komm her. Ja. Komm her, du. Aua. Nö, das find ich nicht gut. Oh, fuck. Aua. Das tut voll weh, Mann. Oh, komm, du hättest die fast ab... Yeah, so ist es schön. Oh, ist schön. Ich will dann Wart haben. So, jetzt kommt's zugute, dass ich's geschafft habe, keine Heiltränke zu kaufen. Das ist toll. Ich geh dann mal wieder weg, ne? Hui. Ich bin im Recall. Was machst du denn da oben? Lass dich bloß nicht vom Turm nerven. Oh, cool. Jetzt kann ich mir wenigstens das kaufen. Das ist ja... Das ist ja sehr erfolgreich. Ach, Gott. An ally has been slain. Was machst du denn da? Jetzt muss ich ganz alleine die Lane halten. Naja. Sieht ja ganz okay aus. Wartet, ich komme... Ich komme gefliegt. Ich komme gefliegt. Jetzt werde ich die Welt retten. Aua. Ich will aber nicht, dass der Turm die kriegt. Meine Last Hit. Mein Last Hit. Mein Last Hit. Auch mein Last... Ich bin so abgemüht. Aua. Gotti, die hat mir wehgetan. Doch, die doch nicht zum Turm. Die kriegst doch kaputt. Huch. Äh, das wieder. An eye for an eye. Ich komme wieder und habe schon wieder fast nichts. Ich bin schon wieder fast kaputt. Ich will wenigstens sehen, ob da jemand mit Genken kommt. Greppen lassen darf ich aber nur nochmal. Na, Katze, was ist? Katze hat euch auch ihren Beitrag dazu zu leisten. Ich kann fliegen. Denn ich habe Flügel. Meine Logik ist... ...brillant. Oh, da kommt... Da kommen... Da... Da... Da kommen wir von oben runtergestünkert. Ja, die haben wir schon selber gesehen. Was glaubt der denn, was wir machen? Nicht warnen, oder was? Du willst ganken? Hä? Du willst... Pass bloß auf, ja. Was Böses im Busch. Das Böse. Wie elegant Draven jedes Mal sein Schwert aufhängt. Wenn ich Draven spiele, renne ich immer schreiend im Kreis. So. Mini Creeps. Hauen wir jetzt noch drauf. Ich habe schon wieder keine Wards mehr. Sehe ich nicht, ob was Böses von oben kommt. Jetzt müssen wir ein bisschen besser aufpassen. Und die Map besser im Auge behalten. Es könnte jederzeit Böse im Busch sein. Wir Blitzcrank jedes Mal so... Oh, da. Vorsicht. Lalalalalalalala. Lale... Okay. Oh, fuck. Oh. Oh, 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 oh. Das ist aber nicht lustig. Ich hasse diesen Grab. Ich bin doch kein Rap, man. Aber schön, dass er sich immer mich schnappt, was dann nicht klappt, weil, äh... Ich brauche mein R. Ich brauche mein R. Jetzt aber... Ruht euch doch den blöden Flasher. Blöder Lacker hier. Was so kratz? Oh-oh. Ähm. Na toll. Jetzt aber. Huch. Oh, jetzt kann ich es gehen. Tschüss. So was? Ich wollte drei Worts kaufen. Und jetzt will ich eigentlich meinen Philosopher steigen. Na, guck. Da geht's. So. Ach, Moment. Ich muss mal den Chat wieder ganz einblenden. Ich bin ja so gut in dem Spiel. Hui, Fliege. Hallo, Bellmour. Tschüss, Bellmour. Vorsicht, da unten ist ja wieder Party angesagt. Wie die Party People. Lustige Party People. Sag mich nicht alleine. Oh, ich hab die getankt. Das war dumm, Freunde. Ah. Wild ist rumgeklickt. Klick, 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 klick. Ich habe Angst. Pieks bewerten. Your time has come. Aua, little pushing. Oh, da oben ist aber, was ist da oben los? Was? Lasst euch nicht vom Rammus rammen, ne? Ach, ne Scheiße. Gragas. Pass bloß auf, du. Wo sind jetzt unsere hin? Ach, die beiden stehen da. Die stehen da nicht. So viel. Super. Ja, Teamfights wären echt nicht einfach. Da muss ich dann die Übersicht behalten und lernen, wie ich, äh... Boah, Ash kann man ja echt fies wegpoken. Da muss ich dann die Übersicht behalten und lernen, wie ich dann rechtzeitig, ähm, ein Shield draufgebe. Na? Hm, so wie jetzt zum Beispiel. Ja, das ist ja sein Gräbver-Gräb, ne? Naja. Woher du? Au, das war aber schön schmerzhaft. Und... Na, fast. An eye for an eye. Jedenfalls hat Ruth wehgetan. Hauptsiris hat ihr wehgetan. Schon mal zufrieden mit der Welt. Uh, ich fühle mich... Dieser Blitzkrank, Alter. Lass ihn mal pushen. Lass ihn pushen. Oh, ich bin so langsam. Aua. Ups. Lass mich. Aua. Okay, ein Turm ist schon mal down. Oh, da kommt, da kommt so ein Udia. Oh, da kommt ein Udia. Oh, da kommt ein Udia. Oh, das ist schön. Yay! Oh. Oh. Aua. War vielleicht nicht die beste Idee. Oh, guck mal, da ist eine Syndra. Will ich da hin? Will ich da hin? Kommt schon. Awesome. Wollen wir jetzt den Drachen machen? Ich stelle uns auch ein Wort dahin. Guckt mal. Hui. Oh, da unten sind Rote am Turm. Das finde ich gar nicht gut. Ja, ein bisschen was einkaufen könnte ich auch. Ich warte aber, bis die anderen fahren. Zack. Mein Last Hit? Ich brauche mir nicht meine Last Hats. Nein. Mein Last Hit. Nein, 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 nein. Meiner. Meiner. Du blöder Tower. Ach, toll. Oh, da oben ist ein Blitzcrunk. Achtung. Kann ich hier hin? Ah. Ah. Ich dachte, ich könnte aber voll drauf gehen. Aber dann nicht. Oh. 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 Kommt doch und grabbt mich. Warum macht ihr denn nicht? Die haben Angst. Die haben einfach Angst. Yay. Wie sieht's aus? Wunderschön. Wunderschön. Schöner Kill. Ich glaube, ich muss mal einkaufen gehen. Ich habe schon wieder so viel Zeug zu verballern. La, la, la. Was kaufe ich mir denn? Hm, ich weiß es noch nicht. Wie wäre es damit? Ähm. Und dann noch eins, zwei, drei davon. Und dann... Und das... Kann ich mir grad nicht leuchten. Kann ich hier schon mal anfangen, irgendwas zu kaufen? Maximum Warp zurück. Aufs Schlachtfeld. Jetzt unseren Turm in Ruhe. Malfight, Malfipod. Los. Teig ihn, wo der Hammer hängt. Schneller, Honey. Schneller. Schneller. Krieg ich's kotzen, wenn ich sowas sehe. Ähm. Ich hätte nicht weggehen sollen. Ich habe da einen Wart reingestellt. Ja, da kannst du ja einmal Schaden machen. Jetzt weißt du wenigstens, dass da einer drin ist. Fuck. Oh. Nein, ich bin nicht beleidigend. Oder so. Ah, au. Verdammt. Weiter reicht, weiter. Ist da zufällig was drin? Nö. Dann bin ich mal im Busch. Das ist gar nicht so einfach da zu pushen, wenn der Regityp immer greppen kann. Grepp mich! Grepp mich! Grepp mich! Grepp mich! Grepp mich! Los! Grepp mich! Grepp mich! Los! Schnapp dich! Komm und schnapp sie dir alle! Was ist denn den Puschen? Oder doch Puschen? Oh, ne. Scheiße. Was ist denn? Oh, Volibear. Sie haben Volibear getötet! Ihr Schweine! Oh! 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 Ich bin tot, ich bin tot! Mist! Es ist also klar. Wird ja auch anders laufen können. Ähm... So schön. Oh ja, jetzt macht den Turm aber kalt. Wo war ich dran? Ich war hier dran. Oder nee, da dran. Nicht da dran, sondern da dran. 3, 2, 1, Schmeitsch. Entschuldigung, ich bin ja langsamer Steller. So. Ich geh dann nach unten hin und platziere da erstmal wieder Wurz. Lassen Sie mich worzen! Wer ist nächstes? Immer worze ich hier. Und worze ich da. Waaah! Und dann Wurz ich weg. Hilfe! Ich bin hier ganz alleine! Mach' den Scheiße! Da oben wieder große Gruppenkeile! Lass' mal Gruppenkeile machen! Oh scheiße, das geht's alleine. Aua, ich hasse diese Stunerei von den Dingern da. Das war ja sehr erfolgreich. Okay. Hauen Sie drauf, hauen Sie um, haben Sie weg! Hau'n Sie nochmal, wer hat noch nichts, mein Drachen. Ja, Ramos ist ne blöde Kröte. Oh, ich brauch' nochmal. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich da oben geschickt einen Ward aufstelle, um zu sehen, was eben gerade hier so los ist. Habe leider keine Wards mehr und spiele jetzt lebendige Ward. Aua, lebendige Ward. Uh, ha, 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 ha. Uh, ha, ha, ha. Uh, ha, 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 ha. Uh, ha, 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 ha. Kann ich hier hinlocken? Hallo, Blitzy! Ne, Blitzy kommt nicht. Oder Blitzy war geil. Gewusst, dass das eine geschickte, fiese Völle war. Oh, was ist denn hier drüben los? Ich komme! Ich bin ja schon auf dem Weg, wenn man ja schon so schnell ich kann. Oh, Kacke, da kommen wir auch witzkrank. So schön, was ist das? Ich bin schon auf dem Weg. Was ist das? Ah, ha, 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 ha. Ich bin ja schon auf dem Weg. Ich bin ja schon auf dem Weg. Awesome! Ja, Ramos, was willst du? Aua, aua! Cool. Das war doch mal flott die Karotte. Gefällt mir und ich habe voll nutzlos daneben gestanden und gar nichts gemacht. So muss er laufen. Aua! Dat Ash! Victory! WIEW! WIEW! So. Okay. Das war ja schon mal gut. Das war ja schon mal... Ah, Success! Ich habe tatsächlich gewonnen. Das heißt, Hanni kann es einfach. Ich habe daneben gestanden und wie willst Button Smashing betrieben. Weil ich Kyle halt noch nicht so gut spielen kann. Aber es war okay. Ich würde es okay nennen. Ich würde es okay nennen. So, jetzt ist fast 18 Uhr. Ich wollte ja Schluss machen. Und, ähm, weil noch eine Runde schaffen wir nicht. Ich wünsche euch deswegen noch einen genialen Freitag. Mit ordentlich Stammdamm und viel Spaß und überhaupt und alles schön und überhaupt. Und man sieht sich dann, wenn ich wieder reise bei dem nächsten Let's Play oder bei dem nächsten Livestream. Und bis dahin meine Lebe. Tschüss! Arrivederci! Dadada! Vielen Dank.